So, ich würde sagen, die Leertaste, ab geht's und... Drei, zwei, eins. Yo, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Wir ziehen uns heute die krassesten Wasserrutschen der ganzen Welt rein. World's scariest slide. Und damit meine ich nicht die creepy Anmachsprüche, die ihr in irgendwelche Instagram DMs leitet, sondern tatsächlich die Anmachsprüche, die ihr in creepy Instagram DMs leitet. Du hast... du hast... Was hast du getrunken? Scheiße? Ja. Wir schauen uns auf jeden Fall heute die krassen Wasserrutschen überhaupt an, meine Freunde. Ihr wisst vielleicht gar nicht so viel von mir. Ich erzähl's ganz kurz. Ich bin großer Wasserrutschen-Fan. So, die erste Wasserrutsche. Ich bin gespannt hier. Du kannst die Tastatur haben. Kein Interessiertes, ob du Wasserrutschen-Fan bist, oder? Ich bin Wasserrutschen-Experte, wollte ich sagen. Boah! Was ist das aus dem Ego? Okay, es geht los. Hast du schon mal so eine Lugin-Rute gerutscht? Nee, ich schon. In Nürnberg? Ja. Aber was ist das nicht eine Option? Die Skyslide in Los Angeles ist eine verrückende See-Through-Slide, die beginnt an der Oberfläche. Ah, okay. Die geht halt nicht komplett runter. Guck mal, die sind drei Meter. Also, das wäre halt geil, wenn so eine sich die kompletten Dings... Aber das ist ja viel zu gefährlich, oder? Ein Skyscraper. Ich würde gerne gucken, wie es rauskommt. Ich würde es safe machen, aber... Ja, machen, ja. Also, ich glaube, für viele Leute ist das so richtig, richtig, richtig gruselig. Aber ich denke so, ja, ich... Also, für mich wäre es so, ich würde es safe machen. Ja, was hält einen schon im Leben, oder? Schreibt mal gerne in die Kommentare, auch, welche Rutsche ihr unbedingt mal rutschen würdet. Und vor allen Dingen, ob ihr schon mal eine Rutsche gesehen habt. Welche Farbe auch. Kennt ihr Rutschen? Persönlich, falls ja, schreibt es in den Kommissaren. Die Bärsitz, ne? Sie sehen, was du hast gesehen? Der sei ja. Oh, ich glaube, der ist tot. Der ist wirklich schön, weil ich das von der Mann heruntergefallen ist. Öh! Die fliegen mit Drohle, hast du gesehen? Den Schaden. Bro, what? Standing a massive 164 feet tall. That might not sound that impressive, but when you put the Kilimanjaro next to Rio's other tourist attraction, you'll notice our favorite white-knuckle-water ride is a good 40 feet taller. Riders need to be sure this before they breathe the Kilimanjaro. Der Rückwart, die hört gleich drauf. Immer da hochlaufen, wie nervig, ne? Stell dir vor, du machst in der Rutsche Stau. Wasser, Stau, Wasser. Rutscht da hinten einer rein. Danach kannst du nie wieder richtig atmen. Kennst du das so reinlegen, wenn der Bauch sagt, wenn es nicht Wasser? Ja, ja. Dann kommt einer so rutscht in den Bauch. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht die Höchste. Einer von 20 Fahrern stirbt. Ach, ne, der geht nach unten. Das wäre eine sehr schlechte Quote für die Rutsche. Versagen. Sir, wir müssen schließen. Warum? Ihr stirbt einer von 20 Leuten. Ja, aber sie ist sehr hoch. Ja, sie sind der 20. Hä, was heißt das? Die schubsen immer in den 30 Jahren runter, damit die Quote bleibt. Oh, das ist schon sehr schnell. Krass, ob das die GoPro da so... Die gibt es in Köln einfach als Wasserrutsche im Aqualand. Ach, das ist keine Loopingrutsche. Doch, doch. Ne, ne, die nicht. Die Tür ist in Köln. Yet somehow terrifying voice counts you down to your doom. Suddenly the floor gives way and you fall through the trapdoor into an almost vertical drop. You get this surreal moment of zero gravity. There's no time for aerial acrobatics. In Nürnberg hat er doppel Looping. Warte. Double Loops, haben sie ja gesagt. Da war keiner. Ja, es ist Fake Looping, ist kein richtiger. Was? Digga, das will ich mal machen. Ja, no joke. Der ist aus dem Krankenhaus ausgebaut. Bye, auf einen guten Tag. Ohio's Dream Action Sports Camp made sure every aerial acrobat was covered with their iconic slip and fly. Normally just a teenage summer camp, Dreams opens its doors to the public once a year for the annual Sports and Music Festival. Revelers from across the country descend on the normally sleepy Ohio town would enjoy the sun, tunes and of course... iritual tour. Zum Bierchen. Einfach ziemlich fertig wahrscheinlich. Boah, das ist so geil, Mann. Backflip oder Stylish Superman. The choice once you get some Aries. Ist schon mal einer übers Beckenhausgült? Das frage ich mich jetzt auch die ganze Zeit. Wenn jemand zu aerodynamisch ist, der sich zu fast optimiert hat. Der ist einfach zu ölig und zu sehr rasiert. Oder der landet sich genau auf der Kante so. Und ich glaube dann landet sich seine Beine. Oh. Das ist schon cool. To infinity and beyond. Extreme tubing. The K90 Nordic Ski Jump was first built in Utah's Salt Lake City for competitors during the 2002 Winter Olympic Games. Hä, ist dieser Skisprung-Sport erst so jung? Seit 2002? Nee, der spielt eine. Der Dings hier. Die Rampe. Aber das ist jetzt eine Rutsche, guck mal. Das ist aber eine Rutsche geworden. Ach, die machen es im Sommer einfach auf zum Rutschen. Krass. Was ist das so safe? Wenn du da einmal umkippst, dann bist du weg. 2 Slopes to choose from. The Junior K4 and the Big K90. But no matter your appetite for disaster. Aber ist ja... Kommentiert, ob ihr die Junior oder die K90 rutschen würdet. Aber ist ja keine Wasserrutsche, oder? Aber trotzdem... Weißt du, was ich halt denke? Stell dir mal vor, du fällst da runter und das gibt ja den Burner des Todes. Ja, ich dachte gerade, dass du einfach mal kippst. Den würdest du mit Knien auf den Teppich hier rutschen. 10 miles per hour. You've got no way to steer. Just hold on tight and hope for the best as you rocket down the green slide all the way to the bottom. Das klingt nicht so sicher. Ne. Was ist das? Was ist das? I've always found it funny, that cruise ships have swimming pools included. So it should come as no surprise that some of them come kitted out with slides as well. Diese Schiffe sind so krank. Guck's dir mal an. Crazy. Das sind die Royal Caribbean. Harmony for Seas heißt das Schiff. You'll find the ultimate abyss slide in the sports deck. 10 floors up. Okay, das sieht aber crazy aus. Sieht aus wie so ein Oktopus. Ne, guck mal. So würde es die 50s waren angepasst. Du hast die 50-50 chance, dass du entweder mehr rauskommst. Im Pool. Riders will top out at around 10 miles per hour. Ich finde manchmal feiern Leute ein bisschen Sachen zu krass ab, oder? Das hat sich jetzt auch nicht angepasst. Das würde es einfach weh tun. Psychedelic Audiovisual Ride. Guck mal, man kriegt voll so Drogen ins Getreff. Dann trippst du da durch und du kannst dich gar nicht hin. Das ist schon krass. Ja, schon ganz geil. Aber du musst dir immer angucken, was für Leute da rauskommt. Wenn das so eine Rita überlebt, dann passiert ja nichts dabei. Das ist auch geil, ne? Dann machen wir es einfach mal. Dann machen wir es einfach mal richtig. Deep in El Salvador's El Boquerón Mountains lies a curious tourist attraction, that can literally be seen from a mile away. The view over the valley is an experience in itself. The tourists come from all over to take a ride on this once-in-a-lifetime thrill. This isn't your average slide. Patterns on the hexagons prevent you from going down without a specifically designed inner tube. One ride costs just $5. And after a friendly push from the slide attendant, you very quickly build up some blistering speed. Most guests can't help scream after a joy as they sit on the rear slide. Das ist ein schweiziger. Ja, das ist halt so. Ich weiß auch nicht, ob das so sicher ist, wenn es so nass ist. Oh, die Bambuda Lodge. Panama's Bambuda Lodge is a quiet rain forest retreat hidden away from the hustle and bustle of the South American city. Surrounded by lush jungles and clear waters. There's a lot to do when you've had enough of just lazing around by the pool sipping cocktail. Aber das ist doch geil, so ein Selfmade-Rutsch ist doch die beste. Oh, die, wo man so weiterrutscht ist geil. Ja, ja. Aber du hörst gleich auf. Zwirbeln. Oh, die kommt doch sowas. Ey, die würde ich zwirbeln. Die Rutsche. Würdest du es schaffen, auf der Rutsche einen Orgasmus zu bekommen? Ja. Wenn du anwächst und loswischst? 2 Sekunden glaube ich nur. Ich muss nicht mal anwächst. Achso, okay. Ich packe erst aus auf der Rutsche. Das ist eine gute Frage eigentlich, oder? Ne, fände ich nicht. Ne, ja. Fändest du es geil von so einer Rutsche in so einen Becken aus Samen reinzurutschen? In so einen Semenpool? Rutsche in so einer Rutsche in der Ozean. Rear Rock Slide. Hitten deep in der Nationalpark of the Pacific on the North Island is the Rear Rock Slide. Was ist sogar ein bisschen wie ein Nörfer in der Ruhe. Hier, Water from the New Five for Recupy River has spent millions of years weathering the rocks around to create the awesome Rear Rock Slide. A naturally cut 200-foot-long decline into the rocky area that provides one of the most extreme rides in the world. Riders can take rafts down the road. Sir Rock. Rapids or even hang on to motorized boats. Aber guck mal, wenn man da so nackt drüber rutscht, also es tut doch weh, oder? Deswegen haben die ja so... Ach so. Digger, da sind doch so cool. Da sind so Lücken drin. Da sind so Lücken drin. Okay, die müssen wir rutschen, Bro. Digger, guck mal, wie scheiße... Ey, die müssen wir rutschen. Guck mal, wie scheiße das ist. Machen wir Pause, wenn du es nochmal siehst. Dieses Ding, dieses ganze Gerüst nur damit dieser Mini-Schlauch da runter geht. Es ist eine Rutsche, Tobi. Rutschen sind cool. Das sieht crazy aus, quasi krass aus. Das sieht aus wie aus Knex. Kennst du noch Knex, diese Spielzeug? Nee, das ist, das ist, das ist blank. Das sieht aber cool aus. Ja, das sieht aber geil aus. Die würde ich machen. Ja. Die Rutsche würde in Zwirbel auf jeden Fall. Aber diese Kurve... Hast du gesehen? Stimmt das. Ey, das ist mal ein geiles Video eigentlich. Wenn wir nach London fahren, müssen wir die Rutschen, Bro. Die ist in London? Ja. No joke. Lass mal gerne einen Daumen nach oben dafür da. Hey, Rutschen sind schon was Eindrucksvolles, oder? Guck mal, so eine Rutsche ist als Kind, aber auch als Erwachsener. Immer geil. Jeder rutscht gerne. Ja, weil du halt einfach dieses Gefühl von Freiheit hast. Du hast das Gefühl, dass du einfach feststecken kannst und keine Luft mehr kommst. Und wenn du feststeckst, die Panik, dass der da hinten drauf rutscht. Das ist das Beste. Und die rote Ampel oben funktioniert nicht bei der Scheißrutsche. Die Ampel geht auf grün, wenn man mittendrin feststeckt. Das habe ich auch schon mal gesehen. Die rote Ampel ist eine Lüge. Lass ihn doch noch oben da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.